Wir müssen nur bei unserer Geschichte bleiben, Linden. Niemand wird ihn finden. Niemand muss davon erfahren. Sie haben die Waffe doch weggeworfen. Und die Hülsen auch. Das mache ich noch. Sie erledigen das heute Nacht. Hauen Sie sich ein paar Stunden hin. Und dann fangen wir an. Denken Sie nur daran, was jetzt zu tun ist. Hat wohl die Familie umgebracht und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Das reinste Blutbad. Kyle war das nicht. Kyle ist zu Gewalt nicht fähig. Ich würde nie irgendjemandem etwas tun. Ich bin kein Monster. Diese Mädchen oder Kelly werden nie gefunden. Niemand wird hier erfahren, dass sie in dem See sind. Gibt es keine andere Möglichkeit? Wollen Sie ins Gefängnis? Ist es das? Ich will nämlich nicht in den Knast. Sie müssen sich zusammenreißen. Sie wissen, wo er ist! Sie weiß, dass ich nicht die behalte. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, Menni. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020